Wir Torstegs sind hier einfach jetzt angekommen, ganz klar. Wir haben unser Stadtleben hinter uns gelassen und sind mit Sack und Pack hierher gezogen. Man sieht auch, halt gefärbt sich nicht mehr. Ich bin jetzt Natur pur und ich genieße mein Landleben hier. Ich genieße es, mit den Händen zu arbeiten und auch was mit Hertha Neues aufzubauen. Das wird man dann auch im zweiten Teil erfahren, was genau das ist.